Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das 50mm von Sony, das 1.8 Objektiv, das Nifty Fifty. Wie ich das Objektiv finde und für wen das Ganze empfehlenswert ist, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Wir fangen direkt an. Ich habe das Ganze auch schon hier an die Sony A7R5 ran gemacht. Das sieht aber bei den anderen Sony Kameras recht ähnlich aus. Das wird sich nicht viel unterscheiden. Und du siehst, das Ganze ist sehr kompakt. Ich kann auch hier die gegendisch Blende mal abmachen. Und dann siehst du, es wird noch kompakter. Es wird noch kleiner. Auf diese Größe hier ohne Gegenlichtblende, denke ich, passt das durchaus in jede mittelgroße, kleine Kameratasche. Also so auf jeden Fall. Und mit Gegenlichtblende, denke ich, dann auch immer noch mitgeliefert wird natürlich auch dieser Frontdeckel hier. Den habe ich gerade eben abgemacht. Und natürlich auch ein Rückdeckel für das Objektiv, wenn du es nicht an der Kamera hast. Also es ist schon mal klein, kompakt und auch nicht schwer. Es wiegt 186 Gramm laut Herstellerangaben. Und das ist echt nicht viel. Das ist für so ein Nifty Fifty durchaus für jemanden, der jetzt nicht viel Packmaß möchte, richtig gut gelegen. Vor allen Dingen, um es immer mal mitzunehmen, um es einfach dabei zu haben. Im Sinne von, du wirfst es mal in deinen Rucksack hinein und hast es einfach dabei, wenn du es am Spot mal brauchst. Ich selbst mache das auch so. Ich selbst nehme es sehr gern mit. Einfach so mit. Ich habe es dabei. Im Sinne von, ich kann damit mal noch hier und da Shots machen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Gerade im Portrait-Bereich. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Haptik und Verarbeitung. Das Objektiv hat, wie du hier siehst, einen riesengroßen Einstellring für den manuellen Fokus. Und der ist wirklich groß. Ich habe jetzt mal zum Vergleich das Canon 50er dabei. Das ebenfalls Nifty Fifty für den RF-Mount nativ. Und hier siehst du, er hat einen deutlich kleineren Einstellring. Wenn du darauf den Fokus legen wollen würdest, der ist fast so halb so dick. Etwas weniger sogar als die Hälfte von Sony. Und ich mag natürlich, wenn ich mal manuell arbeiten muss oder möchte, wenn der Einstellring dementsprechend breit genug ist und dir nicht vorn dran irgendwie, naja, schauen muss, dass du mit den Fingern dran kommst. Also das ist auf jeden Fall bei Sony richtig gut gelöst. Und geht auch richtig gut. Also die Widerstandsfähigkeit von einem Ring ist durchaus richtig gut. Nicht zu leicht, nicht zu fest. Das passt. Das Ganze hat, ich mache das mal ab, natürlich keine Wetterabdichtungen. Also du hast hier keine Gummierungen, die dafür sorgen, dass Staub, Sand oder Wasser eindringen kann. Das kann eindringen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich damit jetzt nicht auch mal bei Nieseregen arbeiten könnte. Aber es hat natürlich keine Dichtung. Vor allen Dingen hier hinten am Bajonett-Mount. Das heißt, zum Kamerasensor hin ist da nichts da, was schützt. Also keine Gummilippe. Das ist ein bisschen schade, aber das ist üblich in der Preisklasse und üblich auch bei den Einsteiger 50mm Objektiv. Und das ist keine Seltenheit. Aber das Bajonett ist aus Metall, wie du siehst. Und das ist schon mal gut. Ansonsten gibt es keine Tasten- oder Einstellmöglichkeiten am Objektiv. Du hast quasi nur diesen einen Fokusring und das war's. Alles andere müsstest du über die Kamera einstellen. Das heißt, wenn du jetzt das Objektiv haben wollen würdest, dass du damit die Blende einstellen kannst am Objektiv oder einen manuellen und Autofokusschalter daran brauchst, dann ist es leider nicht das Richtige. Ich selbst hätte mir schon gewünscht, wenn man zumindest den Tastenschalter für den Fokus hier drauf gebaut hätte. Aber dann wäre wahrscheinlich auch ein höherer Preiszustand gekommen und dementsprechend ist es für mich soweit okay. Also halten wir fest, das Ganze wurde komplett aus Kunststoff gefertigt. Wiegt nicht viel. Hat aber auch den Vorteil, dass du zum einen wenig Packmaß hast und zum anderen das Ganze auch durch das geringe Gewicht quasi in jede Tasche passt. Und dementsprechend ja überall mit hingenommen werden könnte. Soweit zur Verarbeitung. Wie sieht es denn mit der Bildqualität aus? Es ist ja so, dass offenblendige Objektive, also offenblendig Blende 1.8 kann das Ganze bis Blende 22 natürlich bei Offenblende 1.8 meistens eine große Vignette haben. Und die ist auch hier sehr deutlich, die Vignette. Und du siehst also, der dunkle Rand um das Bild herum ist deutlich und stark ausgeprägt. Das Ganze kannst du aber in Lightroom schnell raus korrigieren. Das ist kein Problem. Das Profil gibt es dafür. Und das sollte für jeden durchaus machbar sein. Also die Vignette kannst du rausnehmen, wenn du möchtest. Ich denke aber, wenn du vielleicht im Portrait-Bereich unterwegs bist, wirst du das Objektiv vielleicht sogar unkorrigiert lassen, weil du die Vignette ganz schön findest, wenn es deinem Geschmack entspricht. Also die ist sehr stark ausgeprägt und da. Bildqualität heißt aber nicht nur Vignette, sondern vor allen Dingen auch Bildschärfe. Und da muss ich sagen, ist das 50er zumindest im Bildzentrum durchaus gut. Es ist jetzt nicht knackescharf wie ein vergleichbares Sigma, wie das 105er oder wie das Sigma 50mm 1.4. Das gibt es ja auch am Markt. Das kostet aber deutlich mehr, ist auch deutlich schwerer und größer. Also hier wird es ein bisschen ein Trade-off. Was willst du? Willst du mehr Gewicht? Also brauchst du mehr Gewicht oder ist das egal vom Gewicht, ist der Preis egal? Dann nimmst du natürlich das 1.4er, weil es selbst für Blende 1.8 natürlich richtig scharf ist. Aber wenn du es mal eben so dabei haben möchtest und gerade für die Einsteiger, denke ich mir, ist das Ganze vor allen Dingen richtig gut geeignet. Es kostet ja nicht viel. Dann sind die Anfangsblende 1.8 mit dem Bildzentrum, mit der Schärfe wirklich gut. Wenn du Landschaftsfotografie damit machen möchtest und möchtest die letzte, beste Bildqualität, auch das letzte Quäntchen bis in den Bildrand haben, dann müsstest du abblenden. Also dann würde ich wenigstens auf Blende 8 gehen. Also dann musst du schon deutlich nochmal mit der Blende runtergehen, einfach um mehr Schärfe ins Bild zu bekommen. Und dann ist es bis zum Rand hin auch nicht ganz exakt. Also es ist okay, der Rand, der ist gut. Aber mit den Sigma Objektiven oder mit den neueren Sony Objektiven, das 50mm 1.4 oder 1.2, denke ich nicht vergleichbar. Aber auch hier, es kostet natürlich viel, viel weniger und dementsprechend wurde es auch nicht so gut verbaut. Bildqualität heißt dann nicht nur knackige Schärfe bei der Aufwandblende im Bildzentrum, sondern auch im Bildrand, wie ich gerade eben gesagt habe, aber auch Verzeichnungen und chromatische Apparationen. Das sind diese Farbsäume, die du haben kannst, wenn du beispielsweise Laub fotografierst oder wenn du Menschen oder Gegenstände fotografierst, die ein bisschen im Gegenlicht sind, dann kann das auftreten. Das hat das Objektiv für mich nicht, ich habe nichts finden können, ich konnte auf keinem Foto erkennen, dass man hier irgendwie chromatische Apparationen irgendwie groß wahrnimmt, beziehungsweise dass es extrem ausgeprägt wäre, das Gefühl hatte ich gar nicht, sondern ich finde, das hat Sony sehr, sehr gut im Griff, das hat Sony gut gemacht. Zur Bildqualität gehört natürlich auch das Arbeiten mit dem Objektiv und ich würde jetzt mal die Kamera einschalten, um euch auch zu zeigen, wie das Ganze klingt, was ich meine. Denn der Autofokus, darauf wollte ich jetzt kommen, der ist natürlich jetzt nicht der Burner. Er ist okay, aber er ist natürlich nicht der Burner, ihr hört das auch gerade eben beim Einschalten an der A7R5, also wenn ich hier fokussieren möchte, dann, ich bin mal kurz still, dann hört ihr auch den Fokusmotor. Ja, und du hörst also, der Autofokusmotor ist wirklich sehr laut und deutlich wahrnehmbar. Das ist für Videogeschichten, also wenn du jetzt eine Videoproduktion machen möchtest und du bist quasi auf die Geräusche in dem Video angewiesen, also hast dort Mikrofone, die quasi die Umgebung mit aufnehmen, dann finde ich es nicht so gut, dann hörst du natürlich den Fokusmotor und das nervt natürlich und das stört. Jetzt ist es egal, wenn du damit irgendwas fotografierst und filmst, was keine Geräusche damit produziert und du die dementsprechend aufnimmst, dann ist es egal. Aber wenn du Umgebungsgeräusche aufnehmen möchtest, dann ist das natürlich zumindest im Autofokusbereich nicht das beste Objektiv. Dann würde ich entweder in den manuellen Fokus schalten oder dieses Objektiv nicht verwenden, wenn du sehr nah dran bist. Bist du weiter weg, hörst du es vielleicht wieder nicht, dann kannst du auch mit dem dementsprechenden Funkmikrofon arbeiten. Aber alle Mikrofone, die auf die Kamera draufgesetzt werden oder wo der Ton unmittelbar um die Kamera herum aufgenommen wird, da wirst du den Fokusmotor in der Regel immer hören und dementsprechend wird es auch dann stören, nur dass ich es gesagt habe. Also der Autofokus ist nicht der beste, aber er ist gut genug, um bei Portraits zu tracken, um Gegenstände, Objekte oder Tiere zu tracken, die sich nicht schnell bewegen. Also alles, was schnell Spot Action ist, kommt das Objektiv definitiv nicht hinterher. Das muss auch klar gesagt sein, aber alles, was so ein bisschen Portraits ist, wo Menschen stillhalten, wo Menschen stehen oder wenn du Landschaften damit fotografierst, dann ist das wirklich gut. Und dann reicht das auch völlig aus, dann wirst du vielleicht sogar manuell fokussieren. Also das passt, das kann das Objektiv dann doch schon recht gut. Aber der Autofokus ist wie gesagt keine Granate, das ich nochmal gesagt habe und ist dementsprechend jetzt auch nicht vergleichbar mit den Sigma Objektiven oder den Sony Objektiven, die es dementsprechend nochmal im 50mm Bereich gibt, die dann etwas mehr kosten. Bildqualität haben wir vorhin schon angesprochen. Zur Bildqualität gehört natürlich auch nicht nur der Autofokus und die Vignette und die Bildschärfe, sondern auch das Bokeh. Und das Bokeh kann das Objektiv wirklich gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Bokeh von dem Objektiv. Ab Blende 1.8 sieht es schon richtig gut aus. Es nimmt natürlich die Hintergrundunschärfe immer mehr ab, je weiter du abblendest, also je größer die Blendenzahl wird. Aber Blende 1.8, Blende 2.0, Blende 2.8 von mir aus hat es wirklich noch ein sehr schönes Bokeh und das gefällt mir. Gerade im Portrait-Bereich kannst du damit wunderbar freistellen. Also alle, die sich jetzt mit einer Sony Vollformat-Kamera bewaffnen und die quasi als Einsteiger benutzen wollen und wollen Portraits schießen, dann würde ich das 50mm auf jeden Fall empfehlen, weil es ab Blende 1.8 schön freistellen kann. Und das sieht wirklich toll aus, der Hintergrund sieht schön aus und also für mich ist der Look wirklich gut, der geht sehr in Ordnung und das hat Sony auch hier für meine Begriffe richtig gut im Griff und gegen das Bokeh spricht quasi nichts. Ist es vergleichbar mit einem 85mm? Nein. Ist es vergleichbar von Bokeh bei einem 70-200-2.8? Nein, ist es natürlich auch nicht. Also das kannst du nicht miteinander vergleichen, aber für ein 50mm in der Preis-Range 1.8 Objektiv ist das wirklich ein tolles Bokeh. Ich habe es gerade eben schon zweimal gesagt, also das ist etwas, wo es nichts entgegenzusetzen gibt. Im Gegenteil, ich finde, das ist wirklich sehr gut gelungen. Ja, kommen wir noch zum Thema Preis und Zielgruppe. Ich habe gerade eben gesehen, dass das Objektiv im Internet circa 180 Euro kostet. Wenn man es jetzt neu kauft oder so, ja, neuwertig, sage ich mal, gebraucht, gibt es das schon günstiger. Gebraucht habe ich es jetzt letztens schon für 120 Euro gesehen und das ist wirklich unschlagbar. Wenn ich mir vorstelle, dass das Nifty Fifty von Canon früher immer um die 100 Euro gekostet hat, teilweise noch weniger und das hier natürlich eine ganz andere Bauart hat und wirklich, wirklich gut ist, ist das ein unschlagbarer Preis. Also die 180 Euro ist es für meine Begriffe auf jeden Fall wert und ich würde empfehlen, wenn du jetzt Einsteiger bist in der Fotografie oder zwischen 24 und 70, 100 Millimeter nichts hast, hol dir dieses 50 Millimeter 1.8 und für die meisten Shots wird das Ganze reichen. Also mal Portraits machen, weil da ist meistens der Rand auch ein bisschen egal, wie der Bildrand aussieht. Da wirst du eher weniger bis in den Bildrand hinein die beste Bildschärfe rausholen wollen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn du damit Produktfotos machen möchtest, musst du gucken. Dann würde ich auf jeden Fall sehr weit abblenden auf Blende 8 oder noch höher. Ein bisschen aufpassen mit der Beugungsunschärfe. Aber bis Blende 8 ungefähr sollte das dann schon passen. Da musst du eben schauen, ob das für dich reicht im Bildrand. Aber ich denke für Produktfotografie oder alles, wo so ein bisschen auch der Rand mehr zählt, da würde ich vielleicht dann eher zu einem anderen Objektiv greifen. Vielleicht auch von Sigma da mal schauen, was es da gibt. Aber für alle Portrait-Geschichten oder mal den Hund fotografieren, das Kind fotografieren, draußen mal schöne Landschaftsfotos machen, das habe ich ja auch ganz viel damit gemacht bisher. Dafür eignet es sich durchaus, wenn du bereit bist, am Rand ein paar Abstriche zu machen. Und dafür ist es, denke ich, vom Preis her völlig in Ordnung. Und es passt, wie gesagt, in jeden Rucksack. Du kannst es immer mal mitnehmen, weil es einfach sehr klein, leicht ist und günstig ist. Es springt quasi nirgendwo so richtig den Rahmen. Und demzufolge kann es auf jeden Fall für die Einsteiger, aber auch für die Fortgeschrittenen empfehlen, die gern mal ein Nifty-Fifty mal haben wollen, gerade im Sony-Bereich. Und ein natives Objektiv dafür zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen den Eindruck geben, wie ich das Objektiv finde. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, wo ich die Vor- und Nachteile sehe, wo die Zielgruppe ist. Mich würde interessieren, ob du das Nifty-Fifty von Sony hast. Und wenn ja, ob du es auch für Portraits nur einsetzt, ob du es wirklich für die Landschaftsfotografie beispielsweise einsetzt oder wo denn dein Einsatzgebiet generell für dieses Objektiv ist, schreib mir das gern hier unter die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn du der Meinung bist, das Video war viel zu lang zu diesem Objektiv, dann gern einen Daumen nach unten. Wenn du der Meinung bist, das Video war richtig gut, hat mir gefallen, dann gern einen Daumen nach oben geben. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, gern ein Abonnement herlassen, damit du mich unterstützt für die nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.